Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie ihr mitbekommen habt, beginnen bald die Tarifverhandlungen, an deren vorderster Front auch unsere Tarifbeschäftigte für uns kämpfen werden. Nun fragt ihr euch vielleicht, was haben wir Beamte damit zu tun, denn wir dürfen nicht streiken. Im Sinne der Übernahmegarantie, also unserem ureigensten Interesse, denn jeder Euro zählt und wird auch auf die Beamten übernommen, möchte ich euch aber bitten, unterstützt unsere tarifbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen auf der Straße. Geht in Uniform in eurer Freizeit auf Demonstrationen. Mein Appell an euch, steht nicht abseits, seid dabei.